Was? Nicht Ziel des Spiels irgendwann zu sterben? Naja Ziel nicht, aber... Es ergibt sich halt so. Oh, da kommt ein Jäger! Der ist zu billig. Da ist er! Da ist er nicht so runtergerannt, Günther! Der ist runtergerannt! Warte, ich schmeiß meine Brandbombe hin, damit er warm bleibt. Bevor das Video weitergeht, möchte ich mich nur kurz bei den Leuten bedanken, die mein letztes Video der Let's Play Hand Reihe kommentiert haben. Ganz besonders danke ich dem Hochkönig für seinen ausführlicheren Kommentar. Es ist für mich sehr wichtig zu wissen, was euch gefällt, beziehungsweise euch nicht gefällt. Danke Leute und nun weiter mit dem Video. Eingebraucht oben. Ja... Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja! Aber wir haben doch letzte Woche... War doch gut. Ja... Aber heute... Wär wenigstens zu einer wäre nicht schlecht. Mhm. Aber eh gleich da vorne. Das passt. Was? Ne, wenn ich hier losrennen möchte, dann... Pfff... ... 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